20.06.2019, da könnt ihr ja sehen, unsere Wasserdampfwolke oder wie dem auch sei. Tja, da wird es heute noch ein bisschen mehr geben. Apropos, heute ist Donnerstag, die Technik war am Dienstag da mit zwei Autos, Gäste mit einem Auto. Und ihr seht ja, bringen tut es nichts, weil heute Morgen war das Scheiß schon unter der Straßenbeleuchtung. Tja, ist geil hier.